Hi, hallo, mein Name ist Christina. Online bin ich besser bekannt als Germanista und heute ist wieder Mittwoch. Mittwoch ist der Tag, an dem wir gemeinsam einen Artikel aus einer deutschsprachigen Zeitung lesen. In diesem Fall habe ich mich für einen Artikel von einem Online-Portal aus Österreich entschieden. Und zwar heißt die Seite 1000things.at und wir lesen etwas über das Wort lecker. Der Artikel ist etwas schwieriger und ich würde sagen, er befindet sich ca. auf dem C1-C2-Niveau. Lasst uns anfangen! Warum man sich in Österreich über lecker so aufregt. Ein Artikel vom 18.04.2020 von der Plattform 1000things.at. So, sich aufregen über bedeutet to be upset about something. Also, ich rege mich über das Wetter auf. Ich rege mich über das schlechte Service auf. Ich rege mich über die Zugverspätung auf. Man kann sich über so viele Dinge aufregen. Und in diesem Fall regen sich die Österreicher über das Wort lecker auf. Für mich ein bisschen seltsam, obwohl ich aus Österreich komme, aus dem Süden, aus Kärnten. Aber, dass sich jemand über das Wort lecker aufregt, an das kann ich mich nicht erinnern. Aber scheinbar ist es ein Problem. Findet man etwas lecker, so führt das in Österreich schlagartig zu brüskierten Gesichtern. Also, schlagartig bedeutet like you were hit by lightning und brüskiert ist schockiert, entsetzt. Also, ich habe das auch aufgeschrieben. Also, schlagartig ist something abrupt und zu etwas führen ist lead to. Und brüskiert ist beleidigt sein oder es ist wie ein Affront, es ist ein Insult. Ja, ich bin beleidigt, dass du sagst lecker, oh mein Gott. Aber wie kann ein kleines Wort mit sechs Buchstaben die Gemüter quer durch alle politischen und gesellschaftlichen Lager dermaßen erhitzen? Das ist jetzt die Frage, ja. Mit Gemüter erhitzen meint man, that somebody is like very emotional or feelings run high. Das Gemüt ist sozusagen in a way like my mood or my temper, mein Gemüt, mein emotionaler Zustand. Und ja, dermaßen in such a huge extent, it got to like overheated, ja. Und das durch alle politischen und gesellschaftlichen Lager. Das Lager in dem Fall is a camp, but through all like political fields or through all parts of the society. Wir haben uns das mal genauer angeschaut. Also, wir haben uns das einmal, könnte man hier auch schreiben, genauer angesehen oder eben angeschaut. Und, hat es dir geschmeckt? Ja, danke, war sehr lecker. Betretenes Schweigen. Schweigen, to be silent. Betreten ist in a way bekümmert, bedrückt. So you look like sheepish. You are like kleinlaut. So you are like not saying anything and you are just watching and you are shocked. In Österreich kann man sich über vieles streiten. Politik, die richtige Zubereitung eines Schnitzels, Klopapier. Aber in einem scheint man sich verdächtig einig zu sein. Lecker sagt man bei uns nicht. So, man streitet sich über etwas. Hier über vieles. Dann schreibt man vieles groß. Und die Zubereitung ist die Preparation. Schnitzel ist natürlich klar. Dass man sich über Klopapier streitet, kenne ich erst, seit wir die Pandemie haben und die Leute zu viel Klopapier eingekauft haben, weil sie Angst hatten, dass sie kein Klopapier mehr bekommen. Also, ich weiß nicht, warum man sich sonst über Klopapier streiten sollte. Aber okay. Verdächtig. Verdächtig sein is to be suspicious. Unter Verdacht stehen to be under suspicion. Und sich einig sein means like you agree on something. You are on the same path. Das haben auch wir bei One Thousand Things in der Vergangenheit immer wieder zu spüren bekommen. Das heißt, etwas zu spüren bekommen. Spüren, ein anderes Wort wäre fühlen. It means to feel. Also, man kann das auch reflexiv sagen. Ich fühle mich müde. Oder ich fühle eine Müdigkeit. Oder ich spüre eine Müdigkeit. Also, etwas zu spüren bekommen bedeutet, you feel a consequence. Eine Konsequenz fühlen. Da muss man nur einmal den Kapitalfehler begehen und einem Restaurant das Adjektiv lecker zuschreiben. Und schon kämpft man sich mit allen Mitteln der virtuellen Diplomatie gegen einen Shitstorm der Unwetterstufe 5 in den Facebook-Kommentaren. So, das heißt, they kind of gave the attribute of lecker to one of the restaurants and they meant it in a good way. So, dann haben sie natürlich diesen Kapitalfehler begangen. It's like a capital error. Man könnte dieses Wort jemandem etwas zuschreiben. Das könnte auch bedeuten, it refers to. Also, zum Beispiel, die Experten schreiben dieses Gedicht einem berühmten, beziehungsweise bekannten Dichter der Vergangenheit zu. Aber in dem Fall haben sie das als Attribut dem Restaurant zugeschrieben. Ja, und sie kämpften gegen, man kann für etwas kämpfen, man kann für mehr Freizeit kämpfen, für die Rechte der Frauen. Oder man kämpft gegen, keine Ahnung, irgendwelche Maßnahmen, gegen Lohnkürzungen und so weiter. Aber wie kommt es, dass ein kleines Wörtchen mit sechs Buchstaben viele Österreicherinnen und Österreicher höher auf die Palme zu bringen scheint, als wenn man ihnen das Götz-Zitat entgegenschimpft. Das Götz-Zitat, das habe ich hier auch notiert, das stammt von Goethe und ist ein Zitat aus dem Götz von Berlichingen. Also, das Zitat, das dort vorkommt, heißt, leck mich am Arsch. Und die Österreicher sind weniger verwundert oder weniger verärgert über dieses Wort, als wie über lecker. Also, wie kommt es, to etwas kommen, how does it come to that point? Auf die Palme bringen, also jemanden, auf die Palme bringen, heißt eigentlich jemanden aggressiv machen. Wo haben wir das? Genau, jemanden in Rage bringen. Schimpfen wäre seinen Zorn, der Zorn ist die Anger, laut äußern. Etwas äußern bedeutet auch etwas mitteilen, like to make it be seen or to show it. Und etwas scheint, it seems. So, wir haben bei Sprachwissenschaftler Manfred Glauninger von der Universität Wien nachgefragt. So, we asked this guy. Nachfragen wäre auch to check with someone. Gut. Zuerst müssen wir dem Wort lecker ein wenig den Rücken stärken. Jemandem, den Rücken stärken. Wir haben hier ein Wort mit Dativ, deswegen den, jemandem, also dem Wort. Das bedeutet, jemanden unterstützen to support. Du bist nicht allein. Überproportional flammender Hass auf einzelne Begriffe, die gemeinhin als bundesdeutsch identifiziert werden, ist in der Alpenrepublik längst ein alter Hut. Also ein alter Hut sein, it's like ancient history. Gemeinhin is another word for allgemein, something is allgemeingültig, it's like common, commonly known as. So, they are talking about the hate, which was like overproportional. Flammend is like a flame is, there is a fire getting up or it's like it's starting to burn. Genau. Erinnern wir uns nun daran. Sich an etwas erinnern, to remember something. Wie schwer es das joviale Tschüss vor etwa 20 Jahren hatte. Jovial ist ein anderes Wort für heiter. Vehemend wurde uns eingetrichtert, dass Tschüss ein Affront ist, der schon fast einer Beleidigung gleichkommt. Vehemend, ein Synonym für heftig oder stürmisch. Jemandem etwas eintrichtern. Also der Trichter ist ja dieses Utensil, das man in der Küche hat, das man benötigt, um in eine Flasche zum Beispiel Wasser einzufüllen. Da braucht man dazu einen Trichter. Und hier bedeutet es to drum something into somebody. Also jemandem etwas einprägen, es sagt wie eine Münze prägen. Also einprägen bedeutet to imprint something. Gut. Jemandem etwas gleichkommen, to equal something. Also vehement wurde uns eingetrichtert. So like with very strongly. They put it into our brain. The Tschüss is an Affront. So it's like a Beleidigung. Und im Englischen wäre es the insult, natürlich. To insult somebody. Es kommt demgleich. So it's like similar to that. Wahrscheinlich hätten viele damals schleicht dich noch eher als angemessene Grußfloskel durchgehen lassen als Tschüss. Also schleicht dich wie verpiss dich or like F-star-off. Also sie hätten das durchgehen lassen. Sie hätten das akzeptiert. Und angemessen is like passend. It's something that fits. Heute schert das keinen mehr. Sich nicht um jemanden oder etwas scheren to not care about something or someone. Also es schert mich nicht, was du tust. Ja, es interessiert mich einfach nicht. Aber warum wird es manchen Begriffen, die scheinbar aus Deutschland übergelaufen sind, so schwer gemacht? Begriffe, die überlaufen. Ein Synonym hier wäre überschwappen. Was so viel bedeutet wie to run over or to get from one language to the other. Und scheinbar is apparently. Gut, es scheint so, als wären wir jetzt am Ende. Natürlich geht dieser Text noch weiter. Ihr könnt weiterlesen über die konstruierte Identität, über das österreichische Nation Building. Dann geht es hier auch um die Wörter, die Rechtschreibung. Es hat irgendwie alles mit Reformen von Maria Theresia zu tun. Und damit, dass sich Österreich distanzieren möchte als Land. Ja, und dann gibt es noch einen Absatz über das kulinarische Heiligtum. Über Paradeiser oder Tomaten. Weil Paradeiser ist die Österreich-Variante, Tomate die deutsche. Darum, dass sich Sprache natürlich verändert. Und dann als Abschluss und Tschüss. Und genau das sage ich jetzt auch. Ich sage und Tschüss und sage herzlichen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Ich hoffe, ihr könnt einfach den Text selbst weiterlesen und euch dann noch viele Informationen daraus holen. Aber für heute sind wir am Ende. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Vielen herzlichen Dank und bis nächsten Mittwoch. Danke. Ciao. Baba. Tschüss. Tschüss.